Erstmal möchte ich Ihnen nochmal auf vielfachen Wunsch den Ausschnitt zeigen von dem Mann, der auf der internationalen Döner-Messe in Berlin der Gerät vorgestellt hat. Ich zeige es Ihnen nochmal. Es wird so häufig gewünscht, deswegen nochmal für Sie. Und wie jeder Roboter bietet auch ein Döner-Roboter handfeste Vorteile, findet der Hersteller. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein, der Gerät ist immer vor dem Chef im Geschäft. Und schneidet das Dönerfleisch schweißfrei.